So Martin, Dein Kommentar. Was denn? Wir haben keinen Kommentar. Er kratzt dich lieber. Jetzt kann auch Videos zu machen. Wir reden ja über YouTube. Ja. Oh, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Dann nennen wir jetzt unsere Zoom. Du musst nicht so machen. Ja, da seid das so ein Ding. Ja, aber mit Zoom wird er ja noch unschärfer als er sowieso schon ist. Ja.